Buenos Dias, Metal-Leute. Kann diese Gitarre für nur 130 Euro tatsächlich dezent klingen? Das finden wir jetzt heraus. Eine E-Gitarre mit aktiven Tonabnehmern für unter 130 Euro. Zu schön, um wahr zu sein oder nicht? Zeit für ein Unboxing. Komm her raus, kleine Maus, mach dich nackig. Uh, aha, aha, aha. Das sieht schon mal gut aus. Sesam, öffne dich. Aha, aha, okay. Ein Kabel ist sogar auch dabei. Erst mal gucken, ob überhaupt eine Batterie drin ist. Ich glaube, ich bin zu blöd, um das zu öffnen. Hä? Ich bin wirklich zu blöd. Ah, nee. Ah, Batterie ist sogar drin. Das Finish gefällt mir richtig gut. Da ist sie nun. Die Harley-Banden ST20HH mit aktiven Tonabnehmern. Das ist einfach nur der Line-In. Hat einen Volumenregler und drei Positionen. Das ist der Bridge-Pick-Up ohne Effekte. Mittige Positionen. Und Hals-Pick-Up. Wie ist es denn jetzt mit einem Verzerrer? Wollen wir mal schauen. Die Harmonics kommen ziemlich gut. Stabil, echt stabil. What the fuck? Hier kommt die Sonne. Sie ist der hellste Stern von allem. Hier kommt die Sonne. Wow. Ich bin beeindruckt. Das ist ziemlich gut. Das ist wirklich gut. Okay. Das ist eine Ibanez, die ungefähr das Fünffache gekostet hat. Hä? Ich habe nichts verändert. Die Harley-Banden ist tatsächlich schon mal viel lauter. Natürlich, dass es jetzt keine aktiven Tonabnehmer hat. Ich mache jetzt mal den Gain ein bisschen höher am Audio-Interface, um das auszugleichen. Aber wir gucken mal, wie es jetzt klingt. Ja, ich finde, also ich bin jetzt kein Sound-Experte, aber die klingen ein bisschen klarer. Ob es jetzt fünfmal so teuer klarer klingt, weiß ich nicht. Ja, ich finde, auch ein bisschen klarer klingt, weiß ich nicht. Ich finde, auch ein bisschen klarer klingt, weiß ich nicht. Ich finde, auch ein bisschen klarer klingt, weiß ich nicht. Ich finde, auch ein bisschen klarer klingt, weiß ich nicht. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Was soll ich dazu sagen, Leute? Würde ich dafür meine 600 Euro Ibanez wegschmeißen oder meine 800 Euro Viper? Ganz bestimmt nicht. Aber ist der Qualitätsunterschied wirklich 600 Euro? Ich würde sagen nicht. Ich würde sagen, die Gitarre fiel sich weitaus hochwertiger an als eine 130 Euro Gitarre. Ich könnte hier mit Problemus eine Zeit überbrücken, in der meine Hauptgitarren nicht zur Verfügung sind. Natürlich kann man von der Einstellung noch ein bisschen was verändern. Ich finde, die tiefe E-Seite ist ein bisschen zu tief. Die würde ich eigentlich eher ein bisschen anheben, aber ansonsten spielt sie sich wirklich gut. Was für mich etwas ungewohnt ist, ist, dass sie nur 22 Bünde hat. Ich bin sehr dran gewöhnt, 24 Bünde zu haben, aber ansonsten kann ich echt nichts sagen. Und ich finde, das Mattschwarz sieht sehr sexy aus. Mein Fazit zu dieser Gitarre ist, wenn ihr wirklich knapp bei Kasse seid und trotzdem auf wenig verzichten wollt, könnt ihr euch auf jeden Fall die Harley-Bänden ST20HH anschauen mit aktiven Tonabnehmern. Der Sound ist echt nicht schlecht und mit ein paar guten Effekten drauf lässt sich da echt viel rausholen. Und wenn du noch knapper bei Kasse bist, kein Problem, denn du kannst diese Gitarre gewinnen. Ich verlinke dir unten einen Instagram-Post, wo die Konditionen des Gewinnspiels stehen. Aber im Prinzip geht es nur darum, einen Post zu kommentieren, diesen YouTube-Kanal zu abonnieren und meinen Twitch zu abonnieren. Und diesen Samstag werden wir den Gewinner ziehen. Ich hoffe also, dass die Gitarre in guten Händen landet und schaut auch gerne bei mir auf Twitch vorbei, denn ab April wird es jeden Montag um 20 Uhr und jeden Samstag um 21 Uhr gratis Gitarrenunterricht geben für Komplettanfänger. Ich bin jetzt auch nicht der Profi, aber die Basics und vor allen Dingen, wie man so ein bisschen Metal macht, das kann ich euch auf jeden Fall beibringen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut und wenn diese Gitarre für einen von euch der Anfang in die Welt der Musik sein kann. Weil ich glaube, es gab noch nie ein schöneres Hobby, was ich je hatte. Videospiele sind schön, Anime ist auch schön, aber Musik, Musik ist einfach, weiß nicht, Leidenschaft pur. Von daher, viel Glück beim Gewinnspiel, macht euch einen schönen Tag und wenn euch die Gitarre gefallen hat, mache ich unten noch einen Link rein, wo ihr sie euch auch bestellen könnt. Hasta la vista, Meloide! Outro Outro Outro